Und voilà! Nicht schlecht, Mario. Darauf kannst du wetten. Wenn du was brauchst, nimm einfach die App. Aber wir liefern nur, was du findest. Also leg los! Riko, du musst die Provinz Vaya befreien. Um die Provinz Vaya zu befreien, musst du alle Städte, Vorposten und Stützpunkte dort befreien. Das Einzige, was dir in Vaya noch fehlt, ist Viselektra. Zerstöre die Stützpunkte und dann sieh zu, dass du verschwindest. Bis zum nächsten Mal. Tja, 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 tja. Tja, tja. Tja, tja. Bis zum nächsten Mal.